So, Party gemacht. Durchgefeiert bis nächsten Tag. Moin. Hemd an, Krawatte um und ab in die Bank. Und nicht. Mir fiel es immer nicht schwer, trotzdem arbeiten zu gehen. Ich stand zwar noch schnapp, aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich konnte trotzdem denken. Ich wurde also eingestellt für Einlösung von Zins- und Dividendenscheinen. Der Kunde kommt, dann hat die Kasse gesagt, hier unten möchte einer Dividenden- oder Zinsschnippe, die Coupons einlösen. Im Schnitt haben die immer 100.000 gekriegt, oder so, Minimum. Also die nehmen dich auch erst nach einer halben Million Guthaben. Dann war das 87. Ich sagte dann irgendwann, Summe, Ulde, hast du überhaupt noch Bock, zu arbeiten? Hast du noch Bock, zu arbeiten? Nee, hatte ich noch nie. Ja, dann lass uns doch irgendwas machen. Ja, dann lass doch mal was machen. Was denn zum Beispiel? Weiß nicht, du arbeitest in einer Bank. So, lass mich mal nachdenken. Wolltest du nochmal nachzählen? Nein, wiedersehen. Wiedersehen. Ich pack mal den Sohn ein und komm rüber. Wir machen jetzt hauptberuflich Mittagspause. Wovon redest du? Wir machen jetzt ein, was ich auch nicht. Mensch, jetzt macht euch doch mal locker.